Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Meerbusch. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 45 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 530 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020